Karl Hopfner ist ein deutscher Fußballfunktionär in Diensten des FC Bayern München und seit dem 2. Mai 2014 dessen Präsident. Er gehört zu dem verschiedenen UEFA-Gremien an und ist seit 2010 Vorstandsmitglied der Deutschen Fußball-Liga. Leben Hopfner absolvierte eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann und ein Studium der Betriebswirtschaftslehre. Vor seiner Tätigkeit im Fußballbereich war er in leitender Funktion bei einem Industrieunternehmen tätig. 1982 bewarb er sich als Geschäftsführer des FC Bayern München, wurde 1983 eingestellt und ist seitdem ununterbrochen in dieser Funktion tätig. 2009 bis 2012 war er zudem stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. Im August 2010 wurde er in den Vorstand des Liga-Verbandes CFL gewählt. Obwohl Hopfner maßgeblich zur wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte des Vereins beigetragen hat und seine Arbeit in Fachpublikationen oft als Paradebeispiel konstanter Geschäftsführung genannt wird, ist sein Name in der Öffentlichkeit vergleichsweise unbekannt. Fernsehzuschauern ist Hopfner vor allem als langjähriger Stadionsitz-Nachbar seiner prominenten Vorstandskollegen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß bekannt. Das Fußballmagazin Elffreunde nannte Hopfner, Rummenigge und Hoeneß im Jahr 2011 DK Sekunden Bayern triumphierat und verglich ihr wöchentliches gemeinsames Auftreten im Stadion satirisch mit den Marx-Brothers oder Dreivögeln von der Stange. Zum Jahresende 2012 zog Hopfner sich aus dem Vorstand der FC Bayern München AG aus gesundheitlichen Gründen zurück. Er wurde im November 2012 zum Vizepräsidenten des FC Bayern München e.V. Gewählt und gehört nun dem Aufsichtsrat der FC Bayern München AG an. Am 14. März 2014 schlug der Verwaltungsbeirat des FC Bayern München ihn als Nachfolger des zurückgetretenen Vereinspräsidenten Uli Hoeneß vor. Am 2. Mai 2014 wurde Karl Hopfner auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 99,6% der Stimmen zum Präsidenten des FC Bayern München gewählt. Seine Amtszeit läuft bis 2016. Seit dem 8. September 2014 ist Hopfner Vorsitzender des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG. Er löste Herbert Heiner damit von seinem Amt ab.